Ja, hallo und herzlich willkommen zu BOMBERCRAFT zusammen mit dem Salat. WELL, wunderschönen guten Tag. Fotzen. Fotzen. Ja, wir sind hier. Wir haben uns hier versammelt, um eine Runde Sprengmich in die Luft zu spielen. Bomberman, Minecraft-Style. Also, beginnen wir auch gleich. Eins, zwei, drei. Alter, DIA-Blöcke. Ja, Eisen und Obsidian. Und DIA. Und DIA. Die Map gefällt mir schonmal. Ja, ich bin da ziemlich schlecht drin, müsst ihr wissen. Drück mal Q. Nö. Drück mal Q. Nö. Drück da selber Q. Wenn's gestartet hat, musst du Q drücken. Du Q. Wo bist du? Weiß ich. Ja, ne, ne. Super Frage ist das. Bau, bau dich nach links. Also wenn ich, bau dich nach, in die Richtung vor. Nach links? Ja, ich auch. Ja gut, dann komm ich mal zu dir. Bist du doch da hinten oder was? Ja. Hat der aus. Schade, ob man hier nicht hüpfen kann. Ähm. Du kannst du von oben nach unten sehen. Echt? Ja, drück mal Q. Tatsächlich. Da bin ich. Guten Tag. Pass auf, ich hab da auch TNT hingesetzt, ne? Alles klar. So, jetzt machen wir erstmal alle anderen von sich kaputt. Pass auf. Au. Ja. Jetzt gucken wir mal da vielleicht irgendwie. Aber manchmal werd ich von so scheiß Dingern getroffen, aber sterb nicht. Ja, da kriegst du die da nix ab, ne? Ist ja nie. Au. Pass auf, meine Brombe ist extra groß. Weil echt. Ich hab... Pass auf, ne? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, ne? Sorry, darf ich die kurz hauen? Mich? Bist du? Ich bin die schnacke. Aua. Jetzt hast du denn wieder. Ja toll, wat ist dat? Jetzt bist du, äh... Warte, nee. Behalte die anderen. Ich behalte dich. Behalte die anderen. Behalte die anderen nicht. Fuck. Äh? Aber leg. Wenn du Bomben legst dann sag das. Ich sehe das. Bombegelecht. 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 Bombel... Bombelecht. Ich habe Bombelicht. Aua. Scheiße. Ich habe Bombelicht. Aua, aua. Überall, aua. Wo sind denn die? Gute Frage. Wir sind doch eigentlich schon relativ weit vor jetzt. Blech, wo bist du? Ah! Ich habe Bombelicht hab ich. Aua, aua, überall aua. Da ist einer! Ich hab einen! Hier! 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 Rechts! Du Hurensohn! Ah! Pass auf! Ah! Hilfe! Ich seh nix mehr Ah! Hau den! Hau den! Hau den! Ja! Hier, du Wichser! Ey! Scheiße! Scheiße! Fuck, Alter! Was? Wichser! Komm her, du Hurensohn! Wo bist du? Er ist tot! Haha! Da ist er! Ne, da ist doch einer! Scheiße! Bist du? Ich seh dich nicht! Ja, andere Seite! Andere, zurück! Ich hab hinter den scheiß Virus! Ah, nein! Ich auch! Scheiße! Ich hab die Bombe! Ich seh nix, Mann! Ich seh nix! Wo ist der Ficker denn jetzt? Da hinten ist Adam! Ich seh nix! Ah! TNT! Alter, ich seh nix hier! Komm her, du! Messer, du! Aua! Oh, nein! Nicht schon wieder, ey! Hier! Katsabu! Bist du! Aaaa! Ahhh! Ahahahaha! Nein! Boah! Das war schon knapp, du! Jo! Das ist schon so knapp! Gibt's das grad mit Facecam an? Äh, ich glaube schon. Alter, das ist so laut. Ah! Oh, Hurensohn. Oh nein! Wo ist der Spaß hier jetzt? Ah! Scheiße, ich seh nix. Ey, ich seh nix. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Schlag mich! Wo bist du denn? Ah, da. Hier. Pass auf, ne? Ja, genau, ey. Ah, nein! Oh, fuck. Wie viel Leben hast du noch? Äh, äh, vier. Drei. Wie viel haben die anderen noch? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ich interessier mich doch nicht für das Leben anderer. Bam! Oh. Ich schlag den die ganze Zeit. Alter, ich hab nicht Play gedrückt. Echt? Ja, ich nehm auf, aber ich hab mir ne Stoppuhr vergessen. Ja, ist egal. Wir nehmen den runter auf. Eins, zwei. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Ja, wo seid ihr denn alle? Kommt mal hier hin. Da ist der Wichser doch. Komm her, du. Der Wichser hab ich grad getötet. Du musst mir schön helfen, ich kann nicht alleine gegen die kämpfen. Wo bist du denn? Ich find euch hier nicht, ey. Ah, jetzt komm ich hier durch. Da ist der Wichser. Du kannst mich mal, du Pisser. Hier. Verrack an deiner eigenen Scheiße. Aua. Hallo, ich bin hinter dir. Pass auf. Pass auf, hinter dir. Du Aua. Oh, Schloch. Ich hab noch ein Leben. Ich versteck mich mal bei mir. Ich setz lieber dein Leben aufs Spiel. Ah nein, jetzt hab ich den Scheiß aufgenommen. Was? Ja, du. Kannste haben. Nein! 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 Ich bin tot. Was ne dumme Sau. Also, ich bin tot. Ganz? Jo. Ja. Ich noch nicht. Aber ey. Weil dich denn hier schön ist. Also, wir machen es dann einfach so. Ich schneide das jetzt, was jetzt kommt, bis zur nächsten Runde raus. Warum? Kannst doch labern. Nö. Laber, 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 laber. Wo sind die Wichser denn? Ey, ihr Furzen. Wie viel Leben hast du noch? Äh, drei. Mach Selbstmord! Boah, wo sind die Homos denn? Ah, ne, 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 ne. Wir müssen nachher noch mal neu anfangen. Warum? Wir haben vergessen zu sagen, was wir machen in den Zwischenpausen. Ja, wir nehmen jetzt das einfach als eingesonderten Part auf. Und danach können wir ja auch erstmal hier das Zombie-Ding spielen, also. Ja, ja. Wo ist der denn jetzt hier? Aha! Schwanzgesicht. Machen wir nachher wieder Last-Team-State. Das aufnehmen, finde ich viel geiler. Und die Leute mögen eher so PvP-Zeugs. Wat? So Player vs Player ist geiler. Also, ich hab verloren. Ey, ich bin tot. Dann komm raus. Wo war... Ne, ich bin noch nicht ganz tot. Ich hab noch zwei Leben. Wo war der Wichser denn? Hinter dem Kasten am Wichser. Ja, Junge, ich seh dich auch. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich seh dich. Das kann doch gar nicht sein. Nicht du. Ey, das ist komisch. Man kann alle Blöcke auch abbauen, außer diesen. Wo ist der Homo jetzt hin? Homo! Homo Sapien! Homo? Homo! 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 Hallo! Hallo! Ja, da ist er ja! Ja, hallo! Ja, grüß Gottlin. Ach so. Was machst du überhaupt? Ich hab ihn schon wieder verloren. Vielleicht siehst du mich ja. Wo? Wo? Äh... Da ist es nicht mehr. Boah, knapp. Das fällt dich ja stark. Ja, ich bin immer da dran. Ich glaub, der ist gestorben. Dumme Sau. Ist ja schon wieder weggerannt, ey. Maaan! What? Aha. Da ist er doch. Ist er verloren? Nee. Ich weiß jetzt, wo der ist. Okay. Ich bin out of map. Ich bin out of map. Ja, ist ja geil. Ich bin hinter der map. Jetzt regnet dann auch noch, ey. Denn ob er hinter der kann leider gar nicht werden gerade. Oh mein Gott. Oh, jetzt rennt er weg, ey. Bleib doch hier. Dingelingelingeling. Kennst du das Lied? Dingelingelingeling. Sollte ich? Du bist doch ein, du bist doch ein Rosenverkäufer. Roll'n'roll' the cowboy. Nur 55 Cent. Pro halbe Stück. Ich geh noch einfach auf in der Haltung. Lol. Homo. Also bin ich jetzt ein Homo? Nicht du. Der Homo, ja. Nie du der Homo. Ah, jetzt bin ich da reingelaufen, ey. Wenn man mich sehen könnte, ist, da wärst stolz auf mich. Wieso? Wieso? Ah, ich bin tot. Hab ich aber noch ein Leben? Was scheißt denn grad? Ich geh grad an. Oh, ich hab ihn getötet. Er hat ja noch ein Leben. Denn der darf nie. Ey, scheiße. Ah. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Du hast verloren. Ja. Ah, ich bin Zweiter geworden. Ist auch nicht übel. Dann komm in die Lobby. Gratulation Adam0047. Komm in die Lobby. Hast du ganz toll gemacht. Ja, jetzt sag ich ihm erstmal, tschüss bis zum nächsten Mal. Wir machen erstmal Cut. Ich hab mich da. Ne? Cut, ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.